Weiter geht's mit dem beschissensten Abschnitt im ganzen Spiel. Boah, wo ist er? Oh, da ist er. Medikit. Damit ich mehr als einen Treffer aushalte. Boah, ich hab die falsche Waffe. Das ist das Problem nach dem Schnitt. Man weiß nicht mehr, was abgeht. Hui. So, wir sind wieder verdammt angeschlagen und halten keinen weiteren Treffer aus. Boah. Ah ja, ich komm nicht mehr nach hinten. Das war scheiße. Boah, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Du bist ein dämliches, dickes Rindvieh. Musst du da immer so bleiben? Boah. Wieso bist du jetzt auf einmal so schnell? Boah. Und hier fliegt alles in die Luft. Und da ist er. Diesmal drehe ich die Kamera so ein bisschen immer, dass ich den noch sehen kann. Ah. Ah, fuck. Jetzt haben wir verkackt. Oder? Doch. Nee. Er macht die gleichen Faxen wie ich. Oh. Das ist ein kleiner Nachmacher. Ja. Ich hab schon gedacht, der wär tot. Ja, zu schön, um wahr zu sein. Oh. Und wir haben noch Stase fällt mir gerade ein. Komm. Wir schießen den in die Achse hin. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich hoffe es einfach. Oh. 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 Hinn. Puff. Oh. So. Jetzt liegt er. Haben wir aber nicht viel von. Oh. Weich aus. Sein Zeitlupen-Jump ist gefährlich. Oh. Oh. Nachladen. Komm. Lauf vorbei. Was war das denn jetzt wieder? Boah. Das ist so ein scheiß Dreckspiel. Oh. Ich hasse es. Boah. Wenigstens hab ich, wenn ich heute fertig bin, die zwei dümmsten Abschnitte im Spiel fertig. Das ist eine riesen Erleichterung für mich. Oh. Komm. Ich mach dich kalt. Pussy. Ausweichen. Einfrieren. Ja, ich sag schon einfrieren. Das wär schön. Genau wie den einen Monster-Clops. Oh. Was das? Fast. Ich fixier jetzt mein Feuer auf die gelben Stellen. Die Vereiterung. Nachladen. Oh. Das war scheiße. Wow. Wow. Ah, da ist eine Vereiterung. Einmal haben wir noch. Ah. Fuck, Alter. Fuck, fuck, fuck. Und ich hab Alter gesagt. Ich hasse Alter. Ja, er hat sich hingelegt. Aber wir haben keine Zeit. Wir sperren ihn mit Mienen an. Ich kipp um. Schade. Wirklich schade. Wow. So, wir haben keine Stasi mehr. Was sollen wir machen? Wir sind ihm ausgeliefert. Wenn wir ehrlich sind. Oh. Und. Mine. Ah. Und ich guck mal ganz schnell. Ne. War doch kein Medikit. Wow. Wo kommt er? Da kommt er. Ah, da ist er. Da ist er wieder. Und lauf schneller, du. Idiot. Und wo ist er? Ich hab keinen Überblick. Da. Rennen. Wow. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Du bist echt ein Riesenidiot. Ah ne, dafür haben wir gar keine Munition mehr. Und jetzt steht er wieder auf, wenn wir da sind. Ah. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich, du fette Missgeburt. Ich liebe dich. Gott. Jetzt gibt es nur noch uns, Isaac. Genau. Nur noch uns. Lass uns Spaß haben. Hau ab mit dir. Hast du nix fallen lassen? Nicht mal einen kleinen Energieknoten oder so. Ey, du bist so ein Riesen... Boah. Alter, du bist... Ich hab's schon wieder gesagt. Das regt mich jetzt voll auf. So eine Missgeburt. Der hat uns nicht mal was da gelassen. Boah. Boah. Boah, ich hab's beinahe wieder gesagt. Ich bin grad total perplex. Egal, wir haben den Kampf geschafft. Wir haben den Kampf geschafft. Wir haben den Kampf geschafft. Nein. Besser. Wir haben beide Kämpfe geschafft. So. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass wir einen Safe Point finden. Ich hab keinen Bock mehr für heute. Wieso explodiert ihr alles? Wollt ihr mich verarschen? Ähm, Safe Point. Ja, schön. Hier geht alles so hoch. Hier war doch irgendwo ein Safe Point. Wieso sieht ja alles gleich aus? Wenn hier jetzt kein Safe Point ist, ne? Ich morg's euch alle ab. Solltet's euch mit einem greizten Spieler nicht zu sehr auf die Spitze treiben. Oh. Komisch. Hier haben die Leute nichts von der Religion an sich gehabt, soweit wir wissen, und machen trotzdem so einen Kack. So eine Hieroglyphenschrift da. Boah, ey. Ja, schön. Evakuierung. Ich hätte gern ein Safe Point. Seid ihr doof, oder was? Oh. Was haben wir hier? Ich guck jetzt mal auf die Karte. Wo ist der nächste Safe Point? Auf der Karte sieht man den Scheiß. Aber ich glaub, wenn wir jetzt runtergehen, da ist ein Safe Point. Oh ja, ist ja sehr schön. Hier geht alles so hoch. Wieso hab ich den Plasma Cutter nicht gleich benutzt? Es ist die stärkste Waffe von mir und ich benutze ihn nicht. Ah, ich bin so dämlich. Ich bin wirklich dämlich. Dafür müsste ich mir Strafe geben. Da hab ich aber keinen Bock zu mir, selbst Strafe zu geben. Da komm ich mir noch dümmer vor. Safe Point. Jawohl. Da. Ja, schön. Ich hab keine Angst vor Flammen. Ich bin auf der Suche nach einem Safe Point. Und... Oh, Leute. Das tut mir leid für die Teile, dass ich so oft abgemetzelt worden bin. Wortwörtlich. Ich hab mein Bestes gegeben, aber... Im ersten Raum war das Problem mit der Munition. Und im zweiten Problem... Äh, im zweiten Problem. Ja, das war das zweite Problem. Im zweiten Raum hatten wir nicht genug Medikits und ich hab ne doofe Waffe gehabt. Ich mein, wir hatten für alle Waffen Munition, aber ich hab die falsche genommen. Naja, ich verabschiede mich bei euch... Nee, von euch. Ich bin total verwirrt. Ich werd jetzt nur noch ins Bett gehen und mich ausruhen. Ja, morgen gibt's neue Teile. Bis dann, man sieht sich. Danke fürs Zuschauen.